Warum muss ich eigentlich immer rennen? Oh, komm schon! Ich will dich doch nur umarmen! Was? Oh nein! So nah dran! Sie ist verrückt! Bitte, Universum, rette mich! Komm zu mir! Nein! Ist das ein Traum? Ich muss es herausfinden! Hallo! Endlich! Nein, nein! Bitte nicht! Du Storch, Kleiner! Ein Zeichen meiner Bewunderung für dich! Du bist so süß! Danke! Ich glaube, du überschätzt dein Glück, Kumpel! Nein! Warum sind sie alle hinter mir her? Schon habe ich dich! Wie schön! Komm und spiel mit mir! Dein Wunsch ist mein Gefehl! Du bist ja süß! Was? Was finden sie nur aneinander? Verstehe ich nicht! Ich geh dann mal! Weit wirst du nicht kommen! Tja, was nun? Da war doch was, oder? Hast du auf mich gewartet? Komm mir nicht zu nah! Bitte, bleib weg! Sonst was? Komm her, Kleiner! Total durchgedreht! Schatz ist vertan! Wo bist du? Ist sie weg? Das war knapp! Echt jetzt? Nun lauf doch nicht immer weg! Lalalalalala! Autsch! Wer bist du denn? Also... Oh, was für eine Schönheit! Die muss ich ansprechen! Hilf mir bitte! Hey, bist du ein Engel? Hahaha! Ist das dein Buch der Sprache? Oh, das war gemein! Hahaha! Mein Herz wurde zerschmettert! Oh, er wirkt traurig! Vielleicht kann ihm das hier helfen! Oh! Hä? Was war das? Oh! Das ist wunderbar! Danke, mein Freund! Ich sollte gehen! Warte! Das ist für dich! Ich hoffe, es gefällt dir! Oh, danke! So romantisch! Hahaha! So bin ich! Zum Glück mochte sie das Geschenk! Jetzt schnell zum Ausgang! Ah! Hä? Oh! Immer haben alle Angst vor mir! Ich bin nicht böse! War ich etwas voreilig? Ähm... Hallo? Hä? Was willst du? Hä? Was war das? Und hä? Ich liebe dieses Futterspiel! Ich würde so gerne ihre Hand halten, aber ich trau mich nicht! Ich kann dir dabei helfen! Oh! Großartig! Diese Appetithäppchen sind köstlich! Ah! Was? Ja, ich war das! Gib es zurück! Hallo, hübsche Dame! Brauchst du Hilfe? Nimm das, kleiner Mann! Oh, oh! Ah! Das war so beeindruckend! Na hoa! Tja, wenigstens hat mein Plan funktioniert! Hahaha! Von nun an bin ich ein Spieler der Liebe! Der perfekte Tag, um etwas Böses zu tun! Hahaha! Nicht zu schnell! Äh... Ja, eine Minute noch! Wow! Warte! Meine Pläne! Sag Hallo zu deinem Papa! Hi! Viel Spaß, Jungs! Tschüss! Ähm... Behalte ihn im Auge! Manchmal macht sie mir Angst! Nun, Papa ist beschäftigt, also... Was? Was denkst du tust du da? Komm her, du! Schnell weg! Oh nein! Du kleiner Frechdachs! Wow! Hahaha! Hier hast du's! Autsch! Ich will's nicht mehr! Oh! Das war dein Spaß! Mag es ja nicht von mir... Hahaha! Stell wie ihr willst! Juhuuu! Mein Rücken... Ah! Autsch! Wie unfreundlich! Hahaha! Na dem zeige ich dir! Lass sie fliegen! Hahaha! Pila, das tut mir so leid! Woah! Hey! Hahaha! Ich bin jetzt am Steuer. Oh nein! Ist die weg? Oh, Autsch! Meine Arbeit ist hier getan. Tschö. Mein Kopf. Tun wir uns zusammen und schnappen den Bengel. Los geht's. Bin direkt hinter dir. Wo ist der? Keine Ahnung, aber... Oh, da ist er. Macht's gut, ihr Langweiler. Er weiß wohl nicht, was da unten lauert. Wieder bin ich entwischt. Hä? Ja. Freche Kinder müssen bestraft werden. Findest du? Ha! Nimm das! Hast du das auch gehört? Oh nein! Aber wie! Hallöchen! Komm sofort her! Stopp! Ich muss noch... Äh? Endstation! Endstation! Oh nein! Ich bin umzingelt! Bitte! Das war doch nur ein Scherz! Ich gucke dich doch nicht überlaufen! Was ist hier los? Oh, hi! Hey, mein kleiner Junge, wie war dein Tag? Ich hatte total viel Spaß! Einzige, liebe Wolf! Das war alles Papas Idee! So ungefähr... ...bann! Oh! 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 Wo bin ich? Was! Oh nein! Ah! Du bist wach! Rot! Oh! schon nieder. Lass mich in Ruhe. Warum funktioniert das nicht? Blöde Technologie. Erbärmlich. Es kann nur einen Roten geben. Sag Leben wohl. Nein, nein. Der Sieg ist mein. Wo bist du, Kumpel? Hey du, willst du wissen, was bei Rot abgeht? Rot, du. Bei dem geht gar nichts mehr. Sei ruhig, nimm das. Oh, hey. Ich muss gehen. Hey Rot, wo bist du, Kumpel? Warum nicht dein Ei rum? Kommt mir gerade recht. Oh, du. Oh, hi. Komm her, du kleiner Lurch. Himmel du. Ah, geh weg, komischer Vogel. Und hopp. Komm runter, da. Verschwinde. Hey Rot, wo steckst du denn? Bist du so süß, wie du aussiehst? Ich muss ihn finden. Rot, wo ist der? Bitte, hör mich an. Was willst du? Obacht, ich bin ein Super-Ninja. Ich weiß, wo dein Freund ist, aber leider ist Ent-Ban-Bans Gewalt. Ban-Ban? Oh nein, ist das wirklich wahr? Ich werde dir zeigen, wo sie sind. Bitte glaube mir. Komm mit. Wow, die ist fix. Bitte, hör auf. Ich gewinne. Oh, wirklich? Das glaubst doch nur du. Zeig dir. Wo ist der? Komm raus, kleines Kerlchen. Bald hat er mich. Wo ist der? Hier bin ich. Hallo. Genug mit Verstecken spielen. Ah, bitte nicht. Nimm Gas. Ich glaube, wir sind fast da. Oh, nein. Hört auf mit dem Unsinn. Folgt mir zu Badmanns Labor. Das ist doch nicht vorbei, Kleiner. Au. Schnell. Wir sind jetzt wohl ein Team. So ein Leckerschmecker. Was hast du meinem Freund angetan? Was? Spuck ihn aus. Mein Kopf schwirrt. Au, eklig. Kopfweh. Keine Sorge, mir geht es gut. Äh, wo ist eigentlich Orange? Das tut mir echt leid, Vogel. Hab Gnade. Du hattest keine Gnade mit meinem Baby. Also vergiss es. Bitte. Oh, Pila. Bitte tu es nicht. Was? Er muss bestraft werden. Lass mich vorbei. Nein. Na gut. Du kannst jetzt runterkommen. Danke. Ich meinte nicht. Ach, egal. Wir sind gleich da, Leute. Macht euch bereit. Ich halte das nicht mehr lange aus. Bitte. Ja. Oh. 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 Oh.eder Oh. Oh. Haha. Hahaha. Wiewillig, bevor es das Wohol wird. Oh. 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 Hahaha. Hallih. Banban, ich übernehme ab hier. Oh. Ha. Ah. Ha. Ha. подт испыт. Oh. 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 Nein. Was sagt, was ist mit mir? Nur eine kleine Korrektur. Oh. Oh. Was ist los? Other Nein, nein, nein! Rache! Rache! Oh, danke, Leute. Ihr habt mich gerettet. Würdest du dich mit mir verabreden? Nein. Also wirklich. Auf mich zu jagen! Das war echt knapp, Mann. Okay, lasst uns. Hey, ich brauche deine Hilfe. Komm mit mir mit. Was, ähm, okay, was ist denn los? Bleibt weg von uns. Keine Sorge, Kinder. Ich hab's. Lasst uns gehen. Beweg dich. Ich glaube nicht, dass das korrekt ist. Ich hab so Angst. Oh, hab keine Angst, keine Angst. Hä? Was machst du da? Hör auf, den Guten zu spielen. So sind wir nicht. Also lass uns gehen. Na gut. Oh Mann, das ist nicht fair. Oh, Hilfe! Hey, schau dir das an. Vielleicht hilft es dir. Wow, danke dir. Sehr gerne. Huch, was ist hier denn los? Hier ist er. Los, schnappen wir ihn. Wow, ich muss mich irgendwo verstecken. Wo bist du? Oh, weia. Ich hoffe, sie entdecken mich nicht. Na los, schnappen wir ihn. Okay. Oh, ha 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 ha. Okay, jetzt bin ich sicher. Sag mal, was ist denn mit euch passiert, ihr Vögelchen? Oh nein, lasst uns abhauen. Los. Hey, wo rennt ihr hin? Kommt her. Hey. Oh. Hab dich! Oh, das ist aber ein schöner Blatt. Nicht schlecht, was? Oh, ich hoffe, er findet mich hier nicht. Hey, oh nein! Perfekt, jetzt seid ihr schon zwei. Willkommen an Bord. So, wer fehlt noch? Nein, bitte nicht! Na komm, ich werde dir nichts tun. Oh nein! Hey, das war gemein! Warum hast du das gemacht? Böser Junge! Okay, das wäre geschafft. Was nun? Das scheint eine Art Tür zu sein. Aber ich brauche einen Pass, um da durchzukommen. Was kann ich nur tun? Nimm das! Oh, danke, mein Freund! Oh, hallo! Ähm, was tust du da? Mami? Mein Sohn! Lass ihn los! Nein, lass das! Sie sind bei mir sicher! Ja! Kommt zurück! Hä? Oh, meine Kinder! Da seid ihr! Dafür werdet ihr bezahlen! Kommt her! Nein, bitte! Nein, bitte! Lasst uns in Ruhe! Ian, kommt uns nicht! Jetzt seid ihr dran! Oh, meine Kinder! Was ist denn hier los? Das ist unsere Chance! Das haben wir wirklich gut gemacht! Ja, wir sind ein tolles Team! Lass mich gehen! Oh! Dafür wirst du bezahlen! Nein! Wartet einen Moment! Stopp! Keine falsche Bewegung! Oh, ich zeige ich's! Du siehst aus wie ein Kind! Sei vorsichtig! Du wirst für Danks, was du getan hast, bezahlen! Komm her! Schau dich an! Nimm das! Bist du okay? Wir müssen zusammenhalten! Ich hau da mal ab! Ich kann dir nicht rausstehen! Wir müssen was tun! Komm schon! Na los! Wir haben es doch fast geschafft! Huga-Buga! Nein! Bitte! Hallo, kleiner Kerl! Tschüssi! War nett mit dir! Huga-Buga! Ich hoffe, mich sieht keiner! Das sind meine! Wo gehst du hin? Hey! Was glaubst du, was du da tust? Das sind meine Eier! Nö! Hey! Ella, bin ich aus! Ja, ja! Was auch immer du sagst, kleiner Freund! Bye-bye! Nimm das weg! Au! Oh mein Gott! Autsch! Autsch! Das ist furchtbar! So, nun... Huch! Wer ist da? Oh nein, ich muss mich verstecken! Was haben wir da? Bitte tu mir nicht weh! Du nimmst mich wohl auf den Arm! Autsch! Hey! Nimm deine Finger von ihm! Oder du bekommst es mit mir! Wie auch immer! Hier hast du ihn! Autsch! Bitte geh runter! Tut mir leid! Das ist härter als ich dachte! Welche Farben haben sie? Keine Bewegung! Du gehörst jetzt mir! Oh, was? Oh, er ist so niedlich! Wie heißt du, kleiner? Bist du vermisst? Oh! Nein! Ich bin überhaupt nicht unheimlich! Oh! Oh, ein Aufzug! Los geht's! Ich mach dich fertig! Nicht schon wieder! Nerv mich nicht! Warum machst du das? Hey, schau dir diesen Parcours an! Moment mal! Was? Hey, Leute! Alles okay bei euch? Was ist los? Wir haben uns experimentiert! Nun sind wir Kinder und können es nicht mehr ändern! Oh, nein! Ich hasse das! Hey, ist Rot dafür verantwortlich? Ja! Ja! Das wird er! Was wolltest du sagen? Oh, nein! Das auch nicht! Nun bin ich der Stärkste von allen! Bitte fass mich nicht an! Jetzt erwartet dich der Schmerz! Pass nur auf, Rot! Autsch! Ihr Huka-Buka! Lass mich los! Nimm das! Und das! Autsch! Oh, nein! Jetzt haben wir die Macht! Das glaubst aber auch nur du! Oh, nein! Ich muss hier weg! Die sind ja keine Kinder mehr! Also weg hier! Das ist ein Ende! Was hast du vor? Nichts wird dir jetzt noch helfen! Nimm das! Endlich! Blau's Seele ist nun in meiner Hand! Was geht denn hier vor? Was war das für ein Geräusch? Es kam von dort! Oh, nein! Er wird mich finden! Wer ist da? Oh, nein! Hm? Oh, gar nichts! Ich werde besser gehen! Er ist weg! Pfiuh! Nun lass uns mal sehen! Hey, mein Freund! Was kann ich für dich tun? Oh, nein! So was... Blau, mein Süßer! Was geht denn hier vor? Du hast das getan! Nein! Ich war nun in der Nähe! Das wirst du mir wissen! Ich war das nicht! Rot hat das getan! Oh, was? Der Kleine? Er wird dafür wüssten! Mir geht's gut, keine Sorge! Es tut mir leid, alles in Ordnung! Bitte, tu mir das nicht an! Ich bin zu jung zum Sterben! Das ist unfair! Ha, 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 ha! Du gehörst mir! Gib mir deine Farbe! Oh, ouch! Oh, nein! Hm, ist da jemand? Oh! Reizt mich nicht! Diesmal werde ich euch finden! Hä? Ich werde wahnsinnig! Was soll's? Oh, nein! Was sollen wir nun tun? Wie fühlst du dich, Kumpel? Ich fühle mich schwach! Sehr schwach! Oh, was für ein schöner Tag! Oh, nicht doch! Oh! Was? Du kleine Kreatur! Oh, nein! Ich kann das erklären! Komm her! Oh, warte doch! Er ist unschuldig! Rot hat das getan! Er trägt die Verantwortung! Oh, weh! Was für eine Tragödie! Mein Liebling! Oh, was geht denn nun vor? Er ist... Gib mir deine Farbe! Tu's nicht! Ruhe in Frieden, du Schwächling! Mein Körper! Er hat es schon wieder getan! Ha, ha, ha! Hervorragend! Jetzt kann ich mein Projekt fertigstellen! Oh, nein! Orange! Warum bist du grau? Es ist zu spät für mich! Pass auf dich auf! Oh, du Arme! Komm her! Es ist zu viel! Aber ich weiß, was ich tun kann! Hä? Mädels, ich hab eine Idee! Ich bin gleich zurück! Sei vorsichtig, Spieler! Lass mal sehen! Ich hoffe, mich sieht keiner! Dafür ist es zu spät! Ha, 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 ha! Der Anfang ist getan! Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt! Ha, 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 ha! Was ist der nächste Schritt? Dieses Kreuz steht euch gut! Ha, 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 ha! Er ist abgelenkt! Ich werde mir das schnappen! Wer gewinnt jetzt? Ha, 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 ha! Das war einfacher als ich dachte! Ha, 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 ha! Oh, oh! Wo willst du hin? Nein, bitte! Ich bin unschuldig! Gib mir das! Du hast kein Recht, hier im Labor zu sein! Nimm das! Ha, 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 ha! Vielleicht bist du jetzt an der Reihe! Nein! Oh! 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 Wir können hier nicht nur rumholen! Oh! Ja, stimmt! Wir müssen etwas tun! Oh! Na los! Nur Mut! Es ist Zeit, etwas zu tun! Oh! Ja! Wo bist du, kleiner Mann? Sag deine letzten Worte! Nein! Nein, 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 nein! Was? Ähm... Oh! Deine Brust hat nicht mit hier! Oh, Pink, aber mach dir keine Sorgen! Ich bin okay! Ich weiß, was ich tun kann! Leute, es ist Zeit, ins Leben zurückzukommen! Los geht's! Bin ich wieder wach? Was ein langer Traum! Ich bin wieder wach! Nun lasst mich endlich los! Was glaubt ihr, wer ihr seid? Oh, nein! Hey, du! Zeit für die Abbrechung! Jetzt ist Alltag! Nein! Es ist so schön, dich zu sehen, Liebes! Das standst du nicht im Skript! Mein Geliebter, ich bin so froh, dass du da bist! Oh, nein! Warum ist sie grau? Wir müssen etwas tun, Spieler! Es ist keine Farbe mehr drin! Oh, nein! Lass mich dieses Labor durchsuchen! Vielleicht ja das? Ja, das ist es! Komm zu uns zurück, Pink! Ja! Ich bin so süß, Leute! Endlich halte ich dich in meinen Händen, du Schönheit! Wow! Hallöchen! Wer war das? Oh, yummy! Das gehört jetzt mir! Warte, was? Meine Pizza ist verschwunden! Das darf nicht wahr sein! In meinem Bauch geht es hier richtig gut! Ein Ei? Diesmal wird mein Sohn nicht gestohlen! Ich wollte schon immer ein Ei haben! Hä? Was ist das für ein Geruch? Oh! Ich habe schon seit einer Ewigkeit keine Pizza mehr gegessen! Yummy! Einfach köstlich! Hä? Das muss ein Geschenk des Himmels sein! Es schmeckt so gut! Endlich! Mein Schatz! Du kommst mit mir! Schon das letzte Stück? Hä? Mein Ei! Wo ist es? Ich muss den Dieb schnell finden! Ich habe noch ein Ei zubereitet! Das sollte doch machbar sein! Hä? Wo bist du? Ich werde dich finden! Oh nein! Sucht sie mich etwa? Ich habe eine Idee! Uga, wo? Uga! Aha! Das ist der perfekte Plan! Uga! Uga, Buga! Uga! Uga! Uga, Buga! Das wird dich total verwirren! Uga, Buga! Uga! Buga? Uga! Uga! Uga, Buga! Uga! Äh... Uga! Uga, Buga! Mami! Hä? Mein Sohn! Hahaha! Du bist endlich da! Geschlifft aus dem Ei! Du? Äh... He he he, Buga. Du bist also der Dieb. Buga, Uga, Buga. Sollte das immer witzig sein? Buga, Buga, Buga. Du bist keine Buga, Buga. Zu komisch. Wo steckst du, kleiner Bengel? Oh oh. Oh, ich versteck mich lieber. Dieser Rotzlöffel kann doch was erleben. Er ist so verrückt. Oh, mein nächstes Opfer. Hey, du gut aussehender Kerl. Niemand könnte mir widerstehen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also gut, es ist Zeit. Spiegel, wünsch mir Glück für meinen Antrag. Das wird ganz großartig. Ich sehe wirklich gut aus. Ich mag den Ring lieber. Sehr hübsch. Aber das hier passt besser in die Schachtel. Viel Glück, kleiner. Oh warte, lieber zu machen. Na dann, auf geht's. Er wollte mich doch hier treffen. Da bin ich schon, Liebste. Seh nur, ich habe hier etwas für dich. Ein Zeichen meiner Liebe für dich. Yippie! Was? Das ist furchtbar. Du kannst dein Zeichen behalten. Ich sehe laute Vögelchen um meinen Kopf. Das war wohl meine beste Leistung bisher. Du sagst, du bist lieber kleiner. Ähm, ich bin dann mal weg. Du bleibst schön hier. Aber ich bin viel zu jung fürs Gefängnis. Bitte bleibt lieb, Kinder. Wo bin ich hier? Oh wow, ist das eine Art Kunstwerk? Muss moderne Kunst sein. Hallo? Heiliger Picasso! Du hast die Bestie gewählt. Ach du Schande! Das darf doch nicht wahr sein! Lauf doch nicht weg! Armer Junge. Letztendlich werde ich ihn finden. Keine Spur. Ich werde woanders weitersuchen. Recht knapp! Schnell weg hier! Mein Kopf! Hast du Tomaten auf den Augen, Bursche? Oh nein! Noch so ein Verrückter! Bleib hier! Oh, ich stecke fest! Ich sollte besser gehen! Tschisikowski! Okay, suchen wir mal den Ausgang. Aber wo anfangen? Dieser Ort ist ja echt riesig! Wie kann er mich nur eingeholt haben? Das ist ein Albtraum! Ich enttäusche dich ungern, aber das ist kein Traum! Nein! Wo bin ich? Lass mich sofort hier raus! Du bist ein Unruhestifter und musstest bestraft werden. Und der beste Teil? Gefangenschaft für immer! Man sieht sich kleiner. Bitte nein! Gefangenschaft für immer! Das ist unfair! Warte, was? Die Regenbogenfreunde sind auch hier irgendwo? Oh nein! Da kommt jemand! Ist das wieder die gruselige Lokomotive? Okay, du bist jetzt dran! Na los, fang mich! Ich rieche etwas! Ich bin's! Oh, hi! Nein, gefallen! Hinter dir liegt ein Schlüssel! Da im Wasser! Oh, ich kann ihn sehen! Hier ist er schon! Großartig! Danke, Kumpel! Voll gerne! Hier ein kleines Dankeschön! Hm? Jami! Jami! Hast du Barry gesehen? Da ist ein Monster hinter dir! Bitte tu! Bitte tu! So hilft uns doch jemand! Was ist denn hier los? Oh nein! Gah! Die Epikalie! Das war knapp! Jetzt seid ihr sicher! Vielen Dank! Kein Problem! Man sieht sich! Hä? Was ist das? Das ist bestimmt Charles! Besser, wir verschwinden hier! Bin direkt hinter dir! Oh nein! Barry hat die Uhr erwischt! Ich will mein Anwälter! Hier gibt es keine Anwälte! Lass mich raus! Hi, Freunde! Hä? Warum seid ihr hier draußen? Ihr solltet im Gefängnis sein! Wie seid ihr entkommen? Ihr verdient keine Freiheit! Kommt her! Oh nein! Nichts wie weg, oh raus! Schnell! Stehen bleiben! Oh Mann, ich muss schneller werden! Hört das dann weh? Barry, es geht um uns her! Lauf! Wartet! Mir ist eine Lösung eingefallen! Äh, dieser Teil meines Jobs nervt, aber ich muss weitermachen! Hier sind sie nicht! Hä? Was? Hey, du! Grün! Oh, hi Barry! Brauchst du irgendwas? Hast du Spiele und Orange rumrennen sehen? Nein, ich glaube nicht! Was ist in der Box? Das ist etwas Persönliches von mir! Okay, das respektiere ich! Aber ich beobachte dich! Ich traue niemandem... Moach! Danke! Lasst uns keine Zeit verlieren! Er hat vermutlich recht! Ich begleite euch! Bitte lasst mich gehen! Das habe ich nicht verdient! Blau! Die kommen dich zu Hause! Das ist super! Ich werde helfen! Ähm... Ich bin dabei vermutlich kaum Hilfe! Das ist euer Ende! Wow! Was war das? Nichts! Oh nein! Wow! Hab dich, Kuppel! Wir müssen ihnen helfen! Das wird langsam anstrengend! Faut es! Wow! Wir sitzen in der Klemme! Das ist euer Ende! Ja! Aus! Können wir den beiden eine Auszeigen? Danke, Leute! Ihr habt uns gerettet! Ja! Warum verfolgst du mich? Du gehst mir auf die Nerven! Ach, komm schon! Hm? Moment mal! Wo ist der hin? Du entkommst mir nicht! Oh nein! Mach dich bereit für dein Ende! Warte! Tu das nicht! Was ist denn hier los? Hm? Zu spät! Mach es schnell und schmerzlos! Oh nein! Was ist das? Ups! Oh, Spieler! Bist du okay? Du hast mich gerettet! Dafür bin ich da! Oh nein! Sieh, was du getan hast! Äh... Ist mir piepegal! Jetzt bist du dran! Bitte, tu das nicht! Ah! 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 Warum funktioniert das nicht? Was soll das? Komm schon, mach was! Oh! Hab ich keine Batterien eingelegt? Ähm... Was ist da los? Also, ich denke, ich geh dann mal! Ah! Ah! Das verstehe ich nicht! Hier sollte ich erst mal sicher sein! Ah! Wo könnte Grün nur sein? Was? Nein! Nein! Was ist hier passiert? Äh... Also... Grün! Wer hat dir das angetan? Sag schon! Er rührt sich nicht! Das darf einfach nicht sein! Hm... Ich hab's! Leute! Etwas Furchtbares ist passiert! Hä? Ich weiß, wer Grün so zugerichtet hat! Spieler war's! Was? Das wird aber rein! Äh... Schnapp Grün uns! Äh... Los, los, los! Hä? Hä? Hahaha! Das war einfach! Oh! Okay, Spieler! Die Luft ist rein! Kumpel! Oh Grün! Du hast dich für mich geopfert! Was kann ich nur... Oh, da ist es! Grün, ich werde dich reparieren! Hahaha! Gib mir nur 10 Minuten und du bist so gut wie neu! Keine Sorge, mein Freund! Ich kann sogar Gabelstapler fahren! Warte, was? Da fehlt doch etwas! Ausgerechnet ein ziemlich wichtiges Teil! Oh, hier ist es! Grün! 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 Jetzt muss es unbedingt dort sein? Vielleicht wenn ich super leise bin, kann ich es... Grün! 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 Ups! Grün! 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 Das war knapp! Grün! Okay, hab's geschafft! Grün! Jey! Hahaha, upsie. Miamm, 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 miamm. Ich sollte jetzt besser wieder gehen. Schlaf schön weiter. Hey, da ist der Übeltäter. Wach auf Orange. Nicht doch. Ich bin eingeschlafen. Da bist du ja. Bitte beruhige dich. Mich beruhigen? Das kann nicht dein Ernst sein. Rot ist an allem schuld. Frechheit. Glaub ihm kein Wort, Orange. Fang ihn. Bis später. Suchen ist so anstrengend. Sorry. Was? Oh nein. Schnell, weg hier. Warte mal. Hey, du. Mein Rücken. Was können die eigentlich? Komm schon. Es ist doch nicht vorbei. Na los, Spieler, du packst das. Fertig. Hallo? Warum funktioniert es nicht? Oh nein, Kumpel. Wir haben dich. Erwischt. Sehr gut. Brot war es. Keine Lügen mehr. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Oh nein, das ist mein Ende. Ich kann nicht hinsehen. Träum, süß. Aber wie? Wer war das? Oh oh. Warte, was? Erlebt. Ja, das bin ich. Oh, Kumpel. Die sind so froh, dass es dir gut geht. Ich mache mich besser aus dem Staub. Hallöchen Rot. Erkennst du das hier wieder? Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte doch. Erkennst du das hier über ... Ah, nein, 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 nein. BH- H-H-H-H-B ance bekона und Add Mam auf эп